Ich kann es nicht, John. Ich weiß nicht wie. Verzeihen Sie mir. Was? Bitte, John, verzeihen Sie mir, dass ich Ihnen so viel Leid zugefügt habe. Nein, 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 das ist ein Trick. Nein. Wieder einer Ihrer verfluchten Tricks. Nein. Sie wollen nur, dass ich was Nettes sage. Nein, diesmal nicht. Doch, damit Sie gut dastehen, obwohl Sie sich vernommen haben, wie... Ich wollte, dass Sie nicht tot sind. Ja, mit Wünschen sollte man vorsichtig sein. Wäre ich nicht zurückgekommen, dann würden Sie nicht hier stehen und... Sie hätten noch eine Zukunft. Mit Barry. Ja, ich weiß. Sie waren der beste und glückste Mensch, den ich eh gekannt habe. Ja, und natürlich verzeih ich Ihnen. Ja, ich weiß。 Ja, ich weiß. JäGAN